Baro, werde ich nicht. Lass es zu. Ich glaub, ich mach mir nichts zu. Lass den Tentakel rein. Lass ihn rein. Mach die Hose runter. Nein, ich lass den Tentakel... Nein, nein. Alright, 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 Leute. Willkommen zurück zu Dead by Daylight mit Zef und Baro. Mal wieder eine neue Runde Metzger gegen Models. Oder... Nee. Eins von beiden. Ja, du willst sexist Metzger geht an Stan auf jeden Fall. Ja, ich bin der Metzger diesmal. Ja, gut. Okay, dann... Und glaubt ihr, ihr könnt denn kommen? Na? Also mein Knüppel ist hart und mein Klischauer auch hart. Dann können wir nicht Angriffspakt machen, bitte. Du lässt mich in Ruhe und dafür bleib ich schwarz und geb dir noch 10 Dienstleistungen. Du stirbst eh als erstes. Nicht, aber... Nice. Guckt euch diese Beine an. Never skip Black Day. Schrottplatz. Und guckt euch mal diesen Knüppel in meiner Hand an. Oh yeah. Er ist... Hey, willst du was? Zef, wie siehst du aus? Er ist... Ich bin der Metzger mit der schicken Krawatte. Er ist hart. Er ist hart. Ich bin hart. Seid ihr hart? Das ist der andere, der es mir wäre. Ich bin hart. Und ihr? Okay, okay, okay. Der Metzger is on tour. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich weiß nicht, wo Sachen sind, die ich umschmeißen kann. Fuck. Wo seid ihr? Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Man kann jetzt ja auch nichts sagen, weil dann gibt man ja Informationen. Und man will ja keine Informationen geben. Scheiße, 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 scheiße. Sich ja zu tarnen ist ja total nutzlos, weil man sich dann wieder enttarnen muss. Ja, ja, du kannst damit rumschleichen, aber du kannst damit nicht angreifen. Ja, hab's gemerkt. Ich hätte dich gerade voll gehabt. Ich hab nichts gesehen. Ich musste mich enttarnen. Das ist ja voll Bullshit. Scheiße. Ich bin auch mega konzentriert. Der ist gerade hier bei mir. Ihr könnt fleißig reparieren übrigens. Wir haben vier Generatoren. Ich bin zu vorsichtig, ehrlich gesagt. Ich hab Angst vor Stan. Der ist hier bei mir. Der ist hier bei mir. Wenn man den Russen einmal Macht gibt, dann bauen die Scheiße. Deswegen. Eine Sache, die man aus dem Geschiedsunterricht gelernt hat. Die Russen nie die macht. Hört ihr die Fußschlitte, ne? Ja, ja, mega. Wado. Wado. Mein Knüppel ist hart. Nein, 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 nein. Okay, okay, dass es explodiert, oder? Okay, okay, dass es explodiert, oder? Ich wusste, die Schwarze steht zuerst. Ah. Nein, nein, nein. Wisch nicht den Knüppel erst mal ab, du fuck. Scheiße. Nein, nein, nein. Wado. Nein, Palette. Fuck you. Fuck you. Ich hab ne Palette. Bastard. Palette sind okay. Habe ich neigeblieben? Oh, scheiße. Ist auch nicht gerade einer in der Falle gelaufen. Nein, 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 nein. Ist er nicht, ist er nicht. Ah. Das. Gut. Nein. Gut. Okay, ist er mit dir beschäftigt, Bado? Ja. Ja, er ist mit mir beschäftigt. Über mich. Ich hab nen Schick, Bodi, bitte. Oh. Once in a lifetime. Erstmal. Ich schlepp jemanden ab. Wiggle dich frei. Wiggle dich frei. Nein, schlepp mich nicht ab. Wiggle dich. Oh, come on. Come on. Bro. This bitch is not easy to ramble. Come on. Stan, bitte. Come on, wir hatten ne schöne Zeit. Ich hab grad ne schöne Zeit. Ich hab grad ne schöne Zeit. Es ist nicht in Minecraft sterben? Das war doch schön. Come on, come on. Das war doch ne schöne Zeit. Come on. Das war doch ne schöne Zeit. Nein, Minecraft sterben. Das war doch... Komm, stirb endlich mal. Das liegt alles an deiner Brille, Bado. Nein. Stirb. Nein. Ich muss den Generator retten, Mann. Stirb. Nein. Ich bleib am Leben für mein Team. Für mein Team. Keine Tentakel in mir. Ich kann nicht mehr... Okay, ein Generator läuft. Noch zwei. Noch zwei. Jetzt snappt es ja fleißig am reparieren. Hier, der nächste. Nein. Oh, ich hab... Nein. Ach. Ich hab einen Moment. Die Kontrolle war die Leersteste verloren. Der war vorbei. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Oh, der ist gut. Der snappt. Der macht... Der macht Paletten. Ich hab ihn verloren. Scheiße. Ja, der kennt die Wege. Wenn du die Wege kennst und Paletten hast... Nee, das ist random hier. Du kannst die Wege nicht kennen. Stan, war ne Frage. Nach den Paletten hätte ich mich verstecken können? Du hättest mich nicht gefunden? Weiß ich nicht. Also, ich hatte dich... Yes, 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 yes. Hast du mich kurz mal nicht gesehen? Das ist in Sicht, denke ich. Konstant? Ja, okay. Ich hab mir nicht verlegt, ob ich mich verstecken soll oder wegrennen soll. Ich bin gelaufen. Rennen, Wully. Falsche Entscheidung. Der snappt ist sie kommen, Alter. Was? Der snappt ist sie kommen? Ja. Nee. Achso, achso. Vor Stan. Ich dachte jetzt generell. Dann hätte er die Tür schon aufgemacht. Das wär Quatsch. Ich bin der beschissenste Killer, den es gibt, Alter. Mein Knüppel ist hart und ich hab hier niemanden gekillt. Alter, ich guck halt. Jetzt neppst du das. Ein richtiger Badass. Also, aufpassen. Stan ist irgendwo... Okay, der ist aber nicht hier in der Nähe, weil ich... Ach, da kann man sich auch verstecken? Pst, 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 pst. Sag dem das nicht. Ich sag's nicht, aber ich find's... Interessant. Okay, ich probier hier mein Bestes. Sieht aber nicht, welcher Generator schon an ist. Oh, fuck. Fuck. Ist denn alles gut? Was geht für Lärmstatt? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Hör auf, den Knöpfel abzuwischen. Das kotzt an. Oh, shit. Der wist von hinten ab. Du hast deinen Body geopfert, find ich gut so. Achso. Fuck. Wo ist er? Fuck, seriously? Hä? Wer hat die denn noch gerade? Alter, ist entkommen. Willst du schon wieder entkommen? Mich hast du natürlich direkt richtig easyfällig gemacht. Aber alle anderen... ...vergestimmt. Dum, 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 dum. Der Reaper ist da. Oh. Oh, oh. Shit, shit, shit. Alter. Oh, nein, okay. Ich weiß nicht, wo ihr seid, Mann. Beim Haus. Dein Body ist tot, beim Haus. Der hat den... Fuck, ja. Äh, ich seh's gerade. Dum, dum, dum. Der Reaper ist in der Haus. Okay, okay, okay. Ab an den Haken. Das ist aber auch spannend. Fleisch. Fleisch. Ab auf den Haken. Knöpfel den... Dafür, dass du Chinese bist. Fuck. Fuck. Fuck you, shit. Ihr wärst Chinese, Mann. Ja, buddy. Der gesnappt. So. Okay, 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 okay. Solange du mit dem beschäftigt bist. Ey, vielleicht schaffe ich es ja einmal hier raus. Ey, das wäre echte Krönung. Echt, sieht gut aus eigentlich, oder? Ja, zwei. Äh, ja, noch ein Generator. Ey, ich den hinkriege. Ich bin schon zwei. Ey, gleich. Oh nein. Das war's. Bei mir stehen zwei Generatoren, nicht einer. Wenn er schlau ist, dann... Ich hab das Gefühl, ihr verarscht mich gerade. Ich glaub, ihr müsst gar nicht zum letzten Generator. Nein. Hä, doch. Ne, ist kein Tor, wo man rausgehen muss. Die Frage ist, ich glaub, es gibt auch mehrere. Ich glaub, es gibt... Ah, ja, es gibt mehrere. Was sagt das doch? Scheiße. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt als... Oh. Ohohohohoho. Ohohoho. Ohohohoho. Scheiße. Hast du es gesehen, Bardo? Ja. Fuck. Fucking shit, Bardo. Du bist doch ein Saftsack, ey. Oh, no way. Natürlich... Sven, wenn du Bosspunkte hast, dann guckst du, wie der wiggelt. Ob man sich mit einem Wiggeln... Oh, natürlich ist da gleich ein Haken. Wiggel. Ey, noch ein fucking Generator, ey. Also bei mir steht hier unten links... Ja, wie hast du das? Bei mir steht unten links Generator oder irgendeine Tür oder so. Irgendeine Falltür. Ich hab kein damit... Ja, ich weiß nicht. Ich dachte immer, man muss alle Generatoren... Oder vielleicht muss man auch irgendwas an der Tür machen, dann... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab meine dünnen Beinchen an. Ach, Mann, ey. Hätte ich mich nicht versteckt, hättest du mich nie gefunden, ey. Hättest du zurückgelaufen, hätt ich dich nicht gefunden, weil ich bin linkslang gelaufen. Ich hab dich ja gesehen, wie du vom Generator weggelaufen bist. So, Leute, zweite Runde, diesmal Kettensäge. Seh ich nicht pretty aus. Das ist mal wieder ein Buckel da hinten dran. Ich glaub... Ich werd nicht als erstes sterben. Ich glaub, der war Informatikerfeuer, mein Killer. Wie in deiner Hose. So. Okay. Okay, okay, okay. Hey, seid ihr ready? Oh, Ren, Tim, lass das jemand. Das ist jemand, das ist jemand. Demmentum. Das sind die besten Freunde. Yeah. Dedeede. Shit, 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 shit. Wir halten immer zusammen, was immer auch kommt. Apein. Ich glaub, das ist schon wieder Bado. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ne, das ist get snapped. Das ist gesnapped. Und Timmy, der Hund. Yeah. Bado. Lipp mich am Arsch. Scheiße, Bado, ich hab aufgehauen. Echt? Das ist geklappt? Hat das ehrlich geklappt? Ach krass. Ich hab mich einfach hinter einen Stein gesetzt. Fuck, 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 fuck. Ja, sorry. Ich wollte den auf den Teamkameraden lenken, der in der Nähe war. Sorry, Vardo, dass du schon wieder weg bist. Ich mach auch nichts. Ich spreche, ich mach auch nichts. Ich mach auch nichts. Wird ganz lieb sein. Bitte. Das ist ein Generator. Das ist ein Generator rechts. Die sind bei der am Generator. Lass mich leben. Ich verrate, wo die sind. Scheiße, die sind ja da in der Nähe, Alter. Helft mir, helft mir, ich häng auf Leischhaken. Der jagt den anderen. Helf mir bitte. Helf mir bitte. Der jagt den anderen. Ja, das ist der andere. Ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Okay, sehr gut, sehr gut. Weg, 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 weg. In andere Richtung. In andere Richtung. Oh, in andere Richtung. In andere Richtung. Nein, 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 Mama. Scheiße, ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Schön, dass ihr so viel Schiss von mir habt. Endlich mal. Endlich akzeptiert ihr meine Autorität. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. No way, no way. Fuck. Oh, scheiße. Scheiße, ich sehe nur ein gutes... Ah, fuck, ey, fuck, fuck, fuck. Dein Buddy ist tot, dein Buddy ist tot. Mein Hammer ist hart. Scheiße, 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 scheiße. Ist der schon gestorben? Ja, nee, fast, aber ich muss weg hier. Ich muss weg, sorry. Ich konnte den ja nicht heilen, weil Stan in der Nähe war. Oh, er ist ein Fleischhaken. Ich glaube, der ist weg oder den können wir nicht mehr holen, oder? Weiß ich nicht. Oh, der ist rausgestruggelt? Oh, was? Der ist rausgestruggelt. Wie das denn? Ich habe gesehen, wie der runtergefallen ist. Ja, aber ich habe ihn die ganze Zeit geknüppelt. Wie konnte er wiggeln? Okay, okay, okay. Muss ich das irgendwie timen? Jetzt ist er tot. Buddy down. Scheiße. Kann es sein, dass ihr die Generatoren immer kurz vorher mal repariert und dann wegkommt? Scheiße, Scheiße. Oh, wer seid ihr? Ihr seid viel zu flink hier. Nicht da. Ich darf da uns nicht bei den Wänden hängen. Ah ja, wir sind wie kleine Eichwörter. Ja, ihr seid kleine Nutten, die in harten Knüppeln kommen wollen. Ich weiß, dass ihr euch hier seid. Ich rieche euch. Alter, Alter, Alter. Stan, Alter, wie der einfach mal in die völlig andere Richtung guckt. Mega nice. Leck mich. Sehr, sehr geiler Move. Ich habe keinen Herzschlag. Ich war aber gerade da. Na, mittlerweile bin ich weg. Kettensägensprinnt. Ich bin direkt hinter euch. Nein, bist du nicht. Mindgames. Ey, die Mindgames funktionieren. Ich bin richtig eingefroren gerade hinter meinen Steinen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Stef, machst du eigentlich was? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nichts gerissen. Stan ist immer bei mir. Stan ist immer bei mir. Immer bei dir. Oh, fuck. Hm. Keine Säure. Ja, soviel dazu. Okay, was? Was? Du warst neben Bador. Wo warst du? Ich habe Bador entdeckt. Okay. Bin ich im Keller safe oder tot? Hier ist ein Fleischschag ein riesiger. Ja. Ja, tot. Oh, zieh mich, zieh mich tot. Ey, hier ist ein Fleischschag, bin ich doch sicher, oder? Der Killer ist man doch immer sicher. Da, wo das ganze Killer-Werkzeug ist, da ist doch niemand, oder? Ich glaube, ich mache mir nichts zu. Bador, werde ich nicht. Lass es zu. Ich glaube, ich mache mir nichts zu. Lass den Tentakel rein. Lass ihn rein. Mach die Hose runter. Nein. So, geht doch. Halt mir da unten. Oh, Scheiße. Ist zu weit. Komm, Dom, Sef, bist du fertig? Ich bin... Ja. Hoch. Wow. Wow. Das hat ein saukooler Raum. Perfekt. Hier sind gerade Bäume verschwunden. Ja, ja. Die Bäume, die rasten manchmal ein bisschen aus wie in dem Game. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Das wäre in dieser Sacrifice da. Dam, dam, dam. Okay, okay, okay. Der war, wo du gerade hingeguckt hast. Ganz hingeguckt. Gehe, ich habe nicht. Da, da, da. Also, laufe ich ihm in die Arme? Nein, nein, nein. Okay. Sehr ruhig. Ich muss da weg. Ich bin mir sicherst du ihn. Wo wir das in 20 Sekunden. Ich könnte ihn, ich könnte ihn aber damit auch genauso verwirren. Ich glaube, er ist genau hinter dir und sprintet einfach wie so ein Bastien hinter dir. ja das kann er es kann er machen ich glaube dafür ist gut ist gut woher weißt du das wenn du erst nee das ist überhaupt nicht gut so wie sich das anhört hier die kacke hier sehe ich richtig an dampfen gerade und manche wissen aus dem sich richtig schlecht sehen doch 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 ich kann auch entkommen ich kann auch entkommen verletze verletze der reagiert aber nicht die sau ich sag doch mal ganz links vorbeiläuft mach was unterhalten entertain me was leuchtet denn da eigentlich hast du so ne sturm lampe oder was denn assi ey na gott mit fuck fuck okay das war voll assig fuck 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 aber aber fast ey aber fast ganz ehrlich hättest du noch 20 sekunden länger gewartet 20 sekunden hätte ich nicht mehr gebraucht naaaa naaaa der freudentanz naaaa das ist glaube ich unmöglich das zu fucken als person oder ja nicht unmöglich aber verdammt schwer superschwer oh man ok alright das ist das bei daylight mit zeff und bardor mal ein bisschen vergewaltigung simulator spielen ja wir hoffen es hat euch gefallen wenn dann lasst gerne einen daumen nach oben da schaut bei den jeweils anderen vorbei ja und bis dann vor 3 abonniert mich wenn ihr selbst guckt danke abonniert abonniert mich abonniert einfach alle und bis zum nächsten mal gebt mir ein Flosse plopp ciao